Alter, der hat ja richtig geknackt geguckt, boah, Maschine blöd. Oh, ich bringe das, kann ich es nehmen? Danke. Jungs, es ist 6 Uhr morgens, wir haben kaum geschlafen, ein bisschen warm drauf. Wir sind Partymatiker und jetzt direkt hier in Pompon Pool, 6 Uhr morgens, das ist hier 3.32 Grad und wir waren auch voll hier. Nein, Scherz, es ist gleich 10 Uhr. Wir haben gut geschlafen. Okay Leute, wir fahren heute mal Bus, in eine Richtung kann man nur fahren, kostet 6 Dollar. Wir bewegen uns jetzt hier erstmal den Strip herunter. Die Busse auch hinten hauen natürlich wieder. Und danach geht es zum Conor McGregor Open Workout mit Kravib. Das wollen wir sehen. Hoffentlich schaffen wir das Tote. So Leute, wir stehen hier gerade in der Schlange. Wollen hier ein Foto machen. Ein typisches Touristending. Da soll es hingehen. Mal schauen. So, heute fahren wir mal mit dem Bus. Es ist sehr voll. So, der Grund unserer Reise ist UFC 229. Khabib Nurmagomedov, Camps gegen Conor McGregor. Und hier wird es jetzt gleich so ein Open Workout geben. Das wollen wir uns reinziehen. So eine kleine Trainingsphase. Viele bekannte Kämpfer sind hier zu sehen. Wir hoffen, wir kommen rein und kriegen einen Platz mit guter Sicht. Hi Ariel. What's up, Ariel? Fine, fine. Leute, das ist der Grund. So, get your ass up, get your ass in the fucking photo. One, two, three. Yeah! Get the fucking picture. Kandei! 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 Kande! Kandei! Kandei! ARD Text im Auftrag des WDR Ich bin ein bisschen mehr zu verletzten. Ich werde das alles ändern. Ich weiß, ihr euch gerne gerne mögen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich will das und ich werde das mit dem Team beat. Ich kann nicht even fight und ich werde noch mehr zu beat. Khabib, wo sind Sie? Khabib! F*** Khabib, man. F*** das. Es hat ihn gewonnen. Ich respecte ihn, aber er hat nie gehört. Komm, komm, komm! At least say hi! What? Ich habe dich, Khabib. Leave me outside! Khabib, location, location. Ich werde diesen Mann schmacken. Schmacken mich jetzt! Schmacken mich jetzt! Hey, Leute! Hat Habib ever verloren? Nein! 26-0! Hat Khabib verloren? Ja! Ich will bet 20,000 Dollar. 20,000 Dollar. 20,000 Dollar. Du glaubst! Wo ist dein Geld? Wo ist dein Geld? Wo ist dein Geld? Ich glaube, dass du bist liefst. Www! Ich glaube, du bist liefst. Www! Ich glaube, du bist liefst. Www! Ich glaube, du bist liefst. Www! 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 Hey, Leute. Das ist die Mahler. Ich weiss, der Mann hatte für manque. اشpaan! Ja, Mann! Www! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Das war's. He's returning to the Octagon on Saturday night. Please give him a warm welcome, the notorious Conor McGregor. This is the Open Workout. This is the Open Workout. That's kind of cool. The Open Workout 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 Musik 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 Das war's für heute. Es ist gut für mich, Freudebacken. Let's go do it! A proper, proper fight! I'm going to be able to get it fast! I don't give a fuck about anything! I need medicine, I need technique, I need engine, I need anything! I'm coming for that man's head, from the fucking bell! I'm coming for the fucking bell! I'm going to pay with you! I'm going to pay with you! Let's take this many dynastani round! I'll check them out! Woooo! You're the best! Colonel Strauss! You're the best! You're the best! You are the best! You're the best! you can get your.. You're the best! I'm not sure! Achi rollt ab jetzt. Komm bitte einmal ab. Ja, ist auch gut. Wieder 25. Wie ist das jetzt? 30 Euro plus 6 Euro? Plus 64 Euro. Nochmal 25 kommt jetzt dazu. 122 Dollar. Wie hast du das reingesteckt? 20. Ja, das kann man ab. 20 stimm ich noch. 100 stimm ich noch. 20. 20. 22. 22. 23. 23. 24. 27. 26. 28. Bis zum nächsten Mal.